hallo und ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge minecraft wir sehen hier wir haben das letzte mal begonnen den weg zu machen wir haben unseren unser grundriss für das haus gemacht aus dem beinbruch und wir haben ein schwebendes bett was machen wir heute ja heute machen wir weiter wir werden cobblestone brauchen also sage ich mal wie gehen cobblestone holen wir haben don flamingo lange nicht mehr gesehen in der letzten episode haben wir ihn gar nicht mehr gesehen das finde ich schade ist traurig und flamingo wir vermissen dich bitte kommt zurück melde dich wenigstens wenn du fehlern genommen hast so cobblestone cobblestone damit wir den weg runter machen können fertig machen können so ein zwei ein zwei vielleicht sind wir jetzt am weg es wäre cool denn ich will diesen kleinen flamingo nicht will das kleine flamingo nicht verlieren so da brenn ja alles klar ein freund so dort haben wir don flamingos familie ob don flamingo darunter ist weiß ich nicht die sehen alle klein aus dann von mir oh ja 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 wir haben naja so don flamingo wenn du irgendwo hier drunter bist bitte geh zurück wir vermissen dich dort sehr fest so vielleicht machen wir so 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 vielleicht gehen wir gleich in so eine höhle rein denn unter umständen finden wir vielleicht eisen was ich sehr 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 willkommen würde das sieht vielversprechend aus meiner freundin ok es ist doch nicht so vielversprechend ok kenne ich jetzt einen weg hier rauf ohne dass ich ohne dass ich mir ein beinbruch multitasking ziemlich schwer reden und spielen das geht überhaupt nicht so ich habe kohle dort oben gesehen die gehen wir mal holen die gehen wir mal holen so so los 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 1 2 1 2 so kohle 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 können wir da gleich in den in das untere lagerhaus stecken wir haben ja dort einen Ofen. Schön alles einsammeln. Dann brauchen wir noch Cobblestone, Cobblestone, los, 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 los. Ah, unser Spitzhack ist jetzt, danke. Ja. Vielleicht sind wir noch mal eine in der, die wir klauen können bei den, bei unseren Freunden. Nö, bitte nicht. Cobblestone, Cobblestone, wir brauchen viel, viel Cobblestone. Wobei ich eine Höhle willkommen heißen würde. Cobblestone brauchen wir trotzdem. So, so, was, 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 was. Es muss doch hier eine Höhle geben. Es kann nicht glauben, dass es hier keine Höhle gibt. Platz hier haben wir jetzt beleuchtet. So. Feine. Hier hinten vielleicht. Oh, Kohle. Noch mehr? Eisen hat es ja manchmal in den Bergen auch. Es muss ja nicht sein, dass es unbedingt tief in der Erde sein muss, sondern auf größere Hügel, Berge sollte es ja auch Eisen geben. Vielleicht habt ihr Glück und finden welches. Wie durchkommt es, ist es ja schon so, dass es öfters unter der Erde vorkommt. Etwas tiefer unter der Erde natürlich. So, 1, 2, 2, 3. Dunkel. Ich glaube, nee, Glück gehen wir doch nicht. Jedoch baue ich mal hier einen Tunnel rein und schaue zu, was das für ein Weltkollte führen könnte. Dunkel. So. Ist vielleicht nicht das Klügste auf dem Berg oben. Vielleicht hätten wir lieber einen Tunnel ganz unten auf dem Boden machen sollen, bis wir auf irgendein Höhlesystem stoßen. Jedoch brauchen wir sowieso Cobblestone. Von dem her ist das ja nicht so schlimm. Ich bin ein wenig trocken, bis die oder so nicht so bliegt. Bis dann nochmal. Dann. 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 Lohnt sich nicht. Jedoch haben wir ein bisschen Cobblestone gesammelt und dann hat es sicher doch gelohnt. Zurück zu unserer Base. Don Flamingo, bist du's? Ah, da haben wir noch ein bisschen Kohle drin. Das hätte Don Flamingo sein können. Oh, da ist das Don Flamingo. Don Flamingo, bist du's? Don Flamingo, bist du's? Komm zurück. Sehr wahrscheinlich ist es das. Ist er es? Jedoch. Nicht mein Haus, gerade nicht. Idiot. Das ist doch da oben gewesen. Ja, ja. Blindes Sorano. Blindes Sorano. Hier oben haben wir's ja. So. Ich würde sagen, wir gehen mal schlafen in unserem schwebenden Bett. Und dann würde ich das Haus mal anfangen zu bauen, beziehungsweise den Weg zuerst fertig runterzubauen. Und dann können wir mit dem Haus beginnen, hätte ich gesagt. So. Wir haben da ja noch ein bisschen Holz. Dann haben wir hier noch mehr Holz. Mal alles hier rein. Komm. Mal alles hier rein. Da kommt es dann auch viel. Äh, da haben wir viel. Äh, da, da. Alles rein. Alles rein, alles rein. auch so hier runter und wie das dann weitergeht, das können wir dann noch entscheiden. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Weg runter gemacht. Aus den restlichen Cobblestones machen wir noch Treppen, damit das hier auch gut aussieht. Da habe ich gerade etwas blödes gemerkt, so 4, da werden wir einige machen müssen. Wir 40 lang werden, wenn wir gleich ziehen, so habe ich gemerkt, dass das hier eine blöde Idee war. Ne, blöd ist sie nicht, jedoch müssen wir das korrigieren, also machen wir das. So. 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 kann ich weil ich jetzt fragen was macht dieser idioten keine ahnung ich improvisiere gerade und ich finde ich improvisiere nicht schlecht so wenn wir hier nämlich noch ja dass das sieht das sieht nicht schlecht aus das sieht nicht schlecht aus wenn ihr mich fragt doch habe ich muss ich noch ein bisschen an meine künste was bilden crafting angeht verfeinern so haben wir genug also kommt hier noch eine hin hier kommt noch eine hin hier kommt dann kann ich hier das machen so nee nee mach mir nicht so mach mir nicht so weg weg können wir es jetzt so stehen lassen gesagt dann wir brauchen bräuchten wir dann auch so dann können wir nämlich hier dann geht es so weiter dann können wir das hier so weiter ziehen bis hierhin ja ich würde sagen dann müssen wir dann müssen wir das hier natürlich auch noch machen dann haben wir es auf beiden seiten dann sieht das ja schon mal ordentlich aus auf jeden fall haben wir unseren weg jetzt und nun gehen wir weiter zum haus wir haben noch gute fünf minuten zum das zu machen ich denke da da lässt sich einiges machen so wollen wir das hellere oder das eher dunklere 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 holz nehmen da habe ich niemals dunkler so 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 und haben wir unseren ersten kreis gemacht und dann wird es natürlich schneller gehen da wir dann keine erde mehr empfehlen sondern einfach drauf machen perfekt dann können wir hier noch zwei wochen ist einfach bei 1 nach dem an und mit einem stecken wir fast zweimal rundherum das finde ich so 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 haben wir hier einst zu viel gemacht ich habe einen fehler entdeckt scheiße oder ist es gar kein fehler ich weiß es gar nicht so zwei und dann müssen wir diagonal wir sind hier holy crap ich habe einen fehler gehabt na dann wieso so war nur wieso dann haben wir hier noch dann kann ich diese hier kann ich ja wenn auf alter hier geht nicht zu das hat das heißt wir können diesen hier noch entfernt wir sind hier auch noch entfernt nein diesen hier entfernt und dann sollte es eigentlich stimmen wir haben wir das nicht bemerkt wie habe ich das nicht bemerkt wie viel 1 2 3 4 5 1 2 3 und hier hier und dort sind es doch nicht ich habe ich habe nicht aber mörder wird gerade richtig wird so wie hier zwei doch nicht das hat nicht so aussehen 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 blüht 5 5 6 müsste es war der riebe geht 1 2 3 4 und dann müsste es hier diagonal ich bin ein idiot so wie es aussieht wenn wir wieder ein 30 minuten special machen müssen wegen meiner dummheit wir haben hier 5 blöcke und hier haben wir nur 2 gemacht keine wunder geht das nicht auf so in dem fall müssen wir eine korrektur von ihm und ehrlich gesagt habe ich keine ahnung wie ich diese machen soll also 1 2 3 4 5 5 6 solte ja weiss mal alles runter das verwirrt mich jetzt nur noch mehr nur noch mehr wer ist überhaupt auf die idee gekommen etwas rundes zu machen wenn er nicht die nötige intelligenz dazu hat ja das war ich ich gebe aber Don Flamingo die schuld Don Flamingo ist schuld an allem Don Flamingo wir sind alle enttäuscht von dir ok so 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 na das könnte da mal und diesmal werde ich etwas anders machen diesmal werde ich etwas anders machen ouch ouch wieso koppelstohn haben wir natürlich nicht mehr keine mehr das heißt wir müssen uns achst machen jetzt das erste es geht zu Sorano Sorano du bist ein dummes 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 Systemtechniker weißt du das doch doch Don Flamingo ist schuld wie gesagt Don Flamingo ist schuld anstatt dass er mir hilft betrachtet er Bäume keine Don Flamingo ist schuld dass er das alles verhindern könnte so wir sind bald fertig ein zwei drei eins zwei zwei drei haben wir sechs stück drei 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 vier fünf z eins zwei drei vier 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 2 3 4 4 Was habe ich heute gemacht? Ich verstehe es nicht Leute, ich verstehe es nicht. Was habe ich heute gemacht? Wo mache ich den Fehler? Ich sehe nicht wo ich den Fehler mache. Kann doch nicht sein, dass ich so blöd bin. Doch. Es ist gut möglich, dass ich so blöd bin. Oh, oh. 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 Hm. 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 so da könnte sagen dass das ein 40 minuten special wird je nachdem wie weiß ich meine blödheit aus ja 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 Hätten die in der Schule gesagt, dass man in Mathematik aufpassen sollte, damit man nach guter Konstruktionen in Minecraft macht, hätt ich es ja gemacht, aber haben die nie erwähnt. Heilig Scheiß. So. 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 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 wir haben es geschafft wir haben es geschafft ich habe es geschafft freu mich schon auf die kommentare kopf schmerzen kopf schmerzen tut mir leid für all die die einen hirntumor bekommen haben egal wie man können wir jetzt mit unserem haus fortfahren was hoffentlich am schluss in einer kreisform ähnlichen gestalt in die höhe wachsen wird so so er wird langsam schwindelig wenn ich so weiter auch so weiter los 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 ich bin heute noch so die stufen nach oben kann man kann man so einfach machen ist mir aufgefallen jedoch habe ich auch gedacht dass das haus einfach wird zu machen da sieht man nichts im leben ist einfach das sagt einer der nicht mal ein grundes haus in minecraft bauen kann ich denke das kann man so für den anfang stehen lassen und ich will sich oben auch die unten so halb glöcke nehmen ich weiß nicht ob wir noch welche haben boah wir haben noch vier cool dann kann ich hier noch welche grafen ob das wirklich reichen deshalb machen wir so das sollte jetzt aber reichen hoffe ich mal so hopp 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 nein heiß so so dann haben wir auch ein dach über den kopf und dann noch ein paar fackeln rein dann nein da wieso heute bin ich etwas ungeschickt heute bin ich etwas ungeschickt wieso don't be nervous man don't be nervous ist dann flamming eigentlich zurückgekehrt 0 ha 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 mit habe ich doch verdient hafen zu holen hier und weitermachen Aber auch schon. Kriegt gleich den Hirnklips So So, 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 so Wir sind bald fertig Und wir haben das 40 Minuten Special erreicht Aus politischen Gründen natürlich Ist immer alles politisch Dann noch schnell die Fackeln reinsetzen Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Overwatch Das freut mich um Heute ist es dann endlich soweit So, ouch Hier haben wir noch den Falsch gesetzt So Dann setzen wir Hier eins hin 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 na das sieht doch schon mal nach etwas aus ich würde sagen wir sind heute wieder ein stückchen weiter gekommen die kohle wollten wir noch nach unten bringen das machen wir jetzt noch schnell wie gesagt die nächste folge die auf dem channel finden werdet ist ich hoffe ihr freut euch genauso wie ich auf die folge das sieht gut aus von unten und dann werden wir uns das nächste mal sehen wenn wir gewissen leuten versuchen werden in den hintern zu treten da ist schon auch da ist auch schon vieles gewachsen dann sehen wir das nächste mal dann sehen wir das nächste mal wenn wir weiter kommen hier in diesem spiel das war ich wollte nicht die folge abschließen jetzt will ich die folge abschließen dann bis zum nächsten mal bei oberwärts tschüss